Bist du eine Zauberin? Bist du Mutter Miranda? Anton! Aber wirklich! Hättest du nicht! Ein nutzloser Krüppel? Ein dummes, heulendes Weib? Und du? Du schleifst einfach so einen Verwundeten und einen Fremden hier rein? Und glaubst, es wäre sicher? Von wegen sicher! Jeder Einzelne da draußen wurde in Stücke gerissen. Und morgen? Morgen sind wir alle hier tot. Genau wie ihr blöder Ehemann! Stopft dir das Maul, Roxana! Das reicht! Dieses Haus ist bei meiner Familie generationenlang Schutz. Betrunken oder nicht, ihr seid alle willkommen und sicher hier. Ja, klar. Sag mir bitte jemand mal, was hier eigentlich los ist. Wir wissen es nicht. Wir waren eine friedliche, fromme Gemeinde. Und dann kamen plötzlich Monster und griffen uns an. Und sie, sie kamen wieder. Warte, Luisa. Und wo ist eigentlich dein Mann? Ist er... Nein, nein. Er ist draußen. Irgendwo. Ja, wohl nicht mehr lange. Ja, ja, das macht er. Er geht Hilfe holen. Beten wir. Für ihn. Für uns alle. Ja. Kommt. Kommt her. Jo, drei Fingerjoes wieder am Start. Das kommt mir ziemlich suspekt vor, ja, nicht nur mir. Krass, der Tee. Kommt der nur mit dem Gebet oder, oder gibt's den auch ohne? Du meinst die Hexe? Das Weib ist verrückter als ein Irrenhafter. Ach, der Sailor Moon kommt bald im Namen des Mondes. Und ich hoffe, sie gab ihr Schutz, wie sie uns beschützt. Leonardo, was ist? Geht es dir gut? Ich glaube nicht. Und ich glaube... Alter! Alter, bist du Spiderman? Ich fasse dich gar nicht an. Nein! Wir müssen uns töten! Wir müssen weg! Schmeiß doch die Vorhänge drauf. Ja, sicher. Brenn die... Schmeißt die brennbaren Vorhänge aufs Feuer. Lass ihn los! Ich sagte, aufhören! Oh Gott. Es tut mir leid, Vater. Hey, hey! Das war nicht mehr dein Vater. Es war das Richtige. Helena, Helena, nicht! Du kannst nichts tun! Naja, nicht mehr dein Vater ist halt auch noch nicht so richtig tot, ne? Du hättest nichts tun können. Er war bereits tot. Lass mich in Frieden! Nein, ich bringe uns hier raus. Uns beiden. Wir müssen hier raus. Genau. Das Auto nehmen, oder? Oh. Ja. Wir sollten das Auto nehmen. Ständig brauche ich irgendeinen Bullshit. Ja, ähm... Ich glaube, das muss so. Der ist bestimmt ein Kochtopf. Ne. Ach, guck mal. Geld. Falls nötig, nimm dir den Schraubenzieher aus dem Schlüssel an. Aus dem Schlüsselanhänger. Dann nehme ich dich als neue Frau, he? Ah, ha, ha, ha! Und jetzt, ja. Ja, ähm... Die Mia mochte ich sowieso noch nie. Hallo? Statt dir nicht eben grad... Ah! Flintenmunition. Nice. Da passen nur zwei rein. Das macht mich ein bisschen sad. Aber das ist okay. Ja, äh... Knoblauch hat halt dann wohl doch nicht so viel gebracht, ne? Schraubenzieher. Schraubendreher. Schraubendrücker. Schraubennehmer. Ähm... Wir müssen irgendwie hier durch. Ja, mit dem Auto, oder? Also, brumm, brumm. Einfach mal durchgebrettert. Oh, Kraut. Nice. Kraut nehme ich gerne. Klopft man das nicht ab? Naja, es ist, ähm... Zum Abklopfen ist es halt leider zu schnell. Ach! Untersuchen Sie Objekte genauer. Okay. Ich untersuche Objekte genauer. Ich weiß zwar nicht, was ich mit dem Schraubenzieher machen soll. Sage ich euch ganz ehrlich. Ja, ja, jetzt warte mal ganz ruhig. Ich weiß wirklich nicht, wofür ich den... Schrauben schlechter nehmen soll. Mist. Das Feuer breitet sich aus. Weißt du, was blau und rot bedeutet auf der Map? Ja, weiß ich. Ja, wir fahren durch die Wand. Geh rüber. Steig ein, heißt das. Ja, mit dem Autofahren hat er es ja noch nie so gehabt. Wäre es nicht einfacher gewesen, hinter dir durch den Holzzaun... Wie hat das denn jetzt bitte funktioniert? Alles in Ordnung? Mir geht's gut. Ich versuch's nochmal. Das Feuer. Wir haben keine Zeit. Wäre es nicht sinnvoller gewesen, durch den Holzzaun hinter dir... Ich weiß nicht, ob nach oben so eine smarte Idee ist. Ja, wenn das bloß so einfach wäre. Ja, bestimmt. Kamineffekt. Es zieht raus. Aber was dann? Im Dorf sind immer noch diese Monster. Wir haben keine Chance. Es sind zu viele. Ja, tut's gar kein Thema. Dann knallen wir halt einfach nochmal vor eine Runde... ... und dann sterben wir halt wenigstens so. Ich glaube, sie könnte in dem Schloss sein. Nein. Dort gibt es nichts außer Blut und Tod. Und ich wäre ganz allein. Bist du... Vater? Elena nicht. Das ist nicht mehr dein Vater. Elena und... Er hat mich erkannt. Vater! Du bringst dich noch um! Tschüss, Elena. War schön mit dir. Nicht bewegen. Los. Nimm meine Hand. Och, Elena. Du dummes Lieschen. Geh ich zum. Rette deine Tochter. Elena. Du schaffst das. Nimm meine Hand. Scheiße. Wieso müssen alle starben? Ja, voll. Was? Das ist einfach nicht fair. Alles klar, Kermit. Was ist denn hier los? Voll der, voll der harte Kerl, weil ihm, weil ihm die halbe Hand abgebissen wurde und hier, hier, hier hat er einen Frosch im Hals oder was? Sag mal. Wieso müssen alle sterben? Was war das denn? Vielleicht ist es ja Schicksal. Mein lieber Ethan. Oder vielleicht bist du ja ein Todbringer. Was für ein Chaos. Geht jetzt alles wieder von vorne los? Fuck! Oh, mit der abgebissenen Hand gegen das Holz gehauen mit voller Kraft. Das muss so weh getan haben. Das muss doch so wehtun, Mann. Was stimmt denn nicht mit dir? Wie von vorne. Ja, wie im siebten Teil halt, ne? Jo. Hallo. Dass man das nur in einem gewissen Winkel trifft, ist ja nervig. Oh. Wäre ja eher passender, wieso passiert sowas immer mir? Ähm. Ja. In der Tat, das wäre passender gewesen. Ach, guck mal. Die alte Kischa-Hex. Der Tod, ja. Der Tod findet sie alle. Geht sie gut? Was hat die denn an dem Boden gekritzelt? Ähm. Kann ich in die Kirche rein? Hä? Aber die ist doch... Rot war abgeschlossen. Ne, rot heißt, wird durchsucht. Stopp. Blau war abgeschlossen. Ein Kopffüßler? Was ist denn ein Kopffüßler? Äh, ich dachte, ich hätte hier alles. Ja. Ich war der Meinung. Das sieht so weird aus. Das sieht aus wie so ein... 50er Jahre... ...aber... ...in HD-Film. Egal, ich bin jetzt auch nicht so erpicht, unbedingt alles... ...alles zu finden, tatsächlich. So, warte mal. Hier kommt die Jungfer hin, na? Natürlich passt es da nicht. Nein. Nein. Ich drücke ständig das Falsche. So, warte. Jungfer. Was? So nennt man gemalte Menschen von Kindern... ...die an dem Kopf die Gliedmaßen malen. Wer macht denn sowas? Also, welche Kinder tun wir denn sowas? Ich hab das nicht gemacht. Da bin ich mir sehr sicher, dass ich das so nicht gemacht hab. Das sind jetzt alle Kinder. Echt? Das hast du bestimmt auch gemacht. Glaube ich nicht. Ich hab nie im Leben die Gliedmaßen an den Kopf gemalt. Von der anderen Seite verschlossen. Natürlich. Wie sollte es auch anders sein? Huch. Wer bist du denn? Hat tatsächlich einer überlebt. Du hältst wohl einiges aus. Hm. Sollte ich sie kennen? Oh. Du bist nicht von hier. Umso besser. Du wärst Mutter Miranda gefallen. Alter, wer bist du denn für ein... ...für ein Metal-Man? Du willst mir erzählen, du konntest mich gerade in Metallteile umschließen, sodass ich mich nicht bewegen kann, um mich mit einer Metallfessel an den Händen zu fesseln. Und ziehst mich jetzt an der Kette hinter dir her, anstatt diese Metallfessel, wie auch immer, magisch anzuheben, wie du es eben gerade mit den Teilen gemacht hast, mit denen du mich eingesperrt hast. Um mich so hinter dir herzuschleifen? Echt jetzt? Echt jetzt? Auf zu jammern! Wir sind fast da! Ihr könnt mit ihm doch gar nichts anfangen. Und meine Töchter bieten Fremden so gerne etwas Unterhaltung. Überlass den Stärken im Haus, die mir trifft es gut. Ich will sprechen. Ich will das nicht. Lass mich sehen! Du meinst... Er ist wach! Du meinst... Schnauze alle beide! Ihr wollt doch bloß allein mit ihm spielen, wo bleibt da der Spaß? Lasst ihn mir. Und ihr kriegt eine Show, von der jeder was hat. Oh, wie langweilig. Noch eins von deinen kindischen Spielchen? Was zählt ist, dass er leidet und dafür garantiert... Ja, ja, du schneidest ihm in deinem Schloss den Schwanz ab und bla bla bla. Gut, ich habe euch gehört. Manche Argumente waren weniger überzeugend als andere, aber ich habe mich entschieden. Heisenberg, ich überlasse ihn in deine Obhut. Mutter Miranda, ich bitte euch. Heisenberg ist viel zu unreif und euch nicht annähernd so ergeben wie ich. Gebt den Mann in meine Hände und ich bereite alles vor. Halt deine Klappe und komm drüber weg, verdammt! Such dir woanders was zu essen. Ich mag ihre deutsche Synchronstimme nicht. Jetzt reden die Erwachsene. Ich bin das Kind. Du bist doch diejenige, die Miranda widerspricht. Du könntest Verantwortung nicht mal tragen, wenn sie an deinen Haaren geschweizt wäre. Werd' doch größer. Vielleicht ist irgendwann Platz für dein Ego. Ich bin das Kind. Darf ich vielleicht auch mal was sagen? Schweigt! Meine Entscheidung gilt. Es wird nicht diskutiert. Vergesst nicht, wer ihr seid. Ich danke dir, Mutter. Mögen die Spiele beginnen! Bin gespannt, was du berühst, Ethan Winters. Los geht's! Nein! Nein! Oh! Zehn! Neun! Acht! Sieben! Sechs! Fünf! Vier! Drei! Zwei! Eins! Stammt! Oh! Oh, okay, gut. Ja, verflucht der Mist indeed. Wie fühlt sich das denn aus, wie er mit seinen Ärmchen wackelt? Oh! Von weit weg sieht sie aus wie Mia, die Lady, oder wen meinst du? Oh, shit. Den hab ich ja komplett vergessen. Mit den Flügeln, die konnte ich leider nicht richtig sehen. Jetzt muss ich nachfragen, welche Mia meinst du? Oh, Gott. Oh, Gott. Naja. Oh, oh. Oh, shit. Achso, ja, springen kann er ja nicht. Ah. Ist er. Shit! Oh, ja moin. Was für Geschichten. Stopp. Halt, stopp. Vielleicht ein bisschen. Und jetzt wird es Zeit für das blutige Finale dieser großartigen Show. Ha, ha, ha! Geht doch nichts über frisches Handfleisch. Ha, 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 ha! Bestimmt. Ganz bestimmt. Ich dachte, es ging nur um die Lady und um ihre Töchter. Um die anderen geht's also auch. Ah. The more you know. Oh. 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 Okay. Hm. 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 Okay. Hallo? Oh, guck mal, der Weinkeller. Ich lass mich hier... Hier waren wir doch schon mal. Ja, aber Hase, von welcher Mia reden wir jetzt? Die Frage stellt sich mir immer noch. Resi Mia, okay, danke. Ja, wie gesagt, da habe ich nicht drauf geachtet. Ich glaube, weiß ich nicht. Ich war viel zu sehr davon verwirrt, zu sehen, wie die Lady aussieht und wie unpassend ihre deutsche Stimme doch ist. Finde ich persönlich. Ich habe mir irgendwie, weiß ich nicht, was, was anderes darunter vorgestellt. Ich habe auf dich gewartet, Ethan Winters. Wer bist du denn? Sie kennen meinen Namen? Es gibt wohl kaum jemanden, der ihn noch nicht kennt. Ein Held auf der Suche nach seiner Tochter. Wieso Held? Und dieses Schloss ist doch sehr verdächtig, nicht? Ja, sie aber auch. Ich bin nur ein einfacher Kaufmann. Hier? Bitte verzeih mir. Nenn mich Duke. Nun zum Geschäft. Waffen, Munition, Heilmittel. Ich habe alles, was man so braucht. Hast du das? Aber gerne. Jetzt weiß ich wenigstens auch, warum ich Geld sammle. Ich habe neue Waren für dich besorgt. Wie wär's? Ankauf. Alles hat seinen Preis. Ah. Also wie Resident Evil 4. Ich verstehe. Information on anyone, anywhere, anytime. Connoisseur of exotic food and drink, the Duke's Emporium, will purchase addities and... Was? Ah, oddities and rarities for a fair price. Waren, gut gekauft, deshalb gewonnen. Das ist allerdings true. So, was kann ich mir denn kaufen? Einen größeren Koffer. Ist das ein größerer Koffer? Zusatzkoffer. Herstellung. Lernen Sie, wie Sie unter Herstellung finden, Munition herstellen können. Scharfschützenmunition. Minen. Erweitertes Magazin. Spezialzubehör für eine Pistole. Erhört die im Magazin. Ah. Erhört die Feuerrate. Ach. Das ist ja fancy. Du können sie gegen... Lei? Wie spiel? Lei? Für 6.000? Wow. Ach was. Wenn du willst. Au revoir. Okay. Ja, äh, cool. Aber muss ich immer wieder zu dir raus? Oder finde ich dich zwischendurch hier und da an interessanten Orten? Und, äh, wo ist meine Tochter? Hallo, I-Bims. Ich, 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 ich hann eins Frage. Äh, wo mein Tochter? Und vor allem, wo ist Chris? Und warum hat er meine Frau getötet? Ach, Schießpulver. Mach das Ding doch auf. Ah. Natürlich. Klar. The origin of the fat lady. Es waren mal drei. Und dann wurden sie eine. Und dann kam Dumbledore. Und, ähm, hat sie mitgenommen. Drei Töchter. Bella, Cassandra und Daniela. Ich mochte meine Theorie mehr. Das ist ein... Das ist Geld. Nichts ist passiert. Bella. Salbi. Sag mal, bist du wieder auf Drogen, mein Schatz? Der Duke-Geschäftsgespräch. Ah, ja. Mhm. Alter. Das kann man kaputt machen. Lol. Auf Tic-Tac. Ja, Tic-Tac ist meistens nicht so gut. Das stimmt mir allerdings. Hussa! Konnte man nicht? Konnte man nicht? Das muss ich das Messer ausrüsten dafür. Ja, ne? Ja, muss ich. Okay. Auf Tic-Tac. Von der anderen Seite verschlossen. Ja, Tic-Tac ist, äh, natürlich eine sehr schwere Droge. Ach. Das kann man auch kaputt machen. Ich dachte, das müsste man vielleicht irgendwie, ähm, hier öffnen. Du hast, äh, du meinst jetzt wirklich Tic-Tac. Sherry-Menthol. Sherry-Ja, Menthol. Hm. Mehr brauche ich nicht zuzusagen. So. So.